Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles 3. Entschuldigung, dass die letzte Folge so lang war. Ich habe schon ein bisschen was rausgeschnitten, so 15-20 Minuten, aber mehr ging nicht. Also beim letzten Mal haben wir uns um die drei Raben gekümmert, da haben wir einfach alles in einem Rutsch gemacht. Hier bei Kolonie 11 will tatsächlich nochmal jemand was von uns. Mal gucken, wer das ist und was er will. Hm. Noch ein verrückter? Ach, die beiden Verrückten. Mal gucken, wer das ist und was er will. Um. 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 das geht auch freundlicher da weht der wind das geht auch noch irgendwer was ich sehe kein fragezeichen zumindest auf der karte aber es könnte ja sein ich glaube die sind hier alle zufrieden also frieden wie diese halt sein können ok hier muss ich hin in die richtung wollte ich sowieso weil ich ja da an der einen kolonie mal vorbei wollte die flüchtigen die holen wir uns also gute fährten leser das hätte ich jetzt auch gesagt machte ich nicht so wichtig also einmal den spuren folgen wir sehen uns am ende der fußspuren würde ich sagen es dauert jetzt bestimmt mal eben kurz hier punkte gucken habe ich mir mal unterwegs die punkte an dem einen lager gönnen um die leute mal zu leveln wir werden die leute brauchen also hier baum sind die ganz merkwürdig gelaufen ja die frage ist welche du hast eine gute nase wie war das bei leuten die nichts sehen werden die anderen sind ein bisschen schärfer mein gott der typ soll man ein bisschen mehr chillen ich hätte ihn schon nichts allein zurück gelassen und noch mehr fußspuren den ich folgen darf diesmal ist es eine duftspur der weg ist also richtig das ding ist ich darf nicht mal vorausgehen der brichter die spur einfach ab also gerade eben bin ich zum beispiel den turm runtergesprungen und dann musste ich den ganzen weg noch mal hochlaufen weil du sagte nee du musst den ganzen weg mitnehmen ok hier unter dem weg bin ich noch gar nicht gelaufen sie verknoppen wenn es weiter nichts ist gut ich meine truppe noch mal vorher ein paar level abmachen lassen die scheide aber nicht viel auszuhalten ich will mal danach auch gucken ob er mit seiner klasse fertig ist ich war drauf und und da geht der nächste daun nur noch einer sie sind wahrscheinlich wegen dir weggegangen hier haben alle einer klatsche hier 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 ist wenigstens in ordnung die können einem leid tun ich habe vollstes verständnis dafür warum die weggegangen sind ganz ehrlich bei so einem vorgesetzten wäre ich auch schon längst über alle berge ist ja die absolute hölle am laufenden band eine angeschrien zu werden ich bin hier runter gegangen also gehe ich mal eben kurze weg hier runter diesen spuren questen die mag ich absolut nicht weil die gefühlt einfach nur dazu da sind zeit zu fressen da kann man mir auch direkt den ort anzeigen ich bin gespannt was da unten so auf mich wartet eine todeszone wie es scheint kann ich trotzdem schnell reise punkt also wenn die mir einmal angreifen bin ich sowieso tot aber da unten würde ich gerne trotzdem einmal hinlatschen ich gehe mal hier runter damit der vogel mich da nicht sieht warnungsbaum wie gesagt der erste gegner der mich sieht bringt mich oben ok hier unten scheint aber nichts zu sein hier ist nicht mal ein boss hier sind nur level 70er gegner also komme ich hier sehr viel später nochmal eventuell hin von der karte sehe ich nicht dass dort noch eine quest ist dann mache ich jetzt das was ich vor hatte ich teleportiere mich jetzt hier hin und lauf mal jeden weg lang weil das hier könnte ja auch eine neue kolonie sein die ich befreien muss das würde ich dann auch gerne machen guck mal ich bin jetzt sowieso auf einem level wo die mir nichts mehr können einfach durch allein wenn da schon ein container ist den container hätte ich zwar gerne aber ich glaube trotzdem mal durch die kämpfen da sogar gegen irgendeine andere kolonie der akkus will anderen einheit helfen ich würde eher sagen der akkus einheit ich mache ja am liebsten immer die andere für die alle treffen den jetzt wer ist ja komm noch leben die sind ja auch level 57 ich frage mich ob das hier eine neue kolonie ist also ich werde auch bei kolonie lambda auch nochmal vorbeischauen und so weiter es kommt nur noch der und der große robo als ob unsere healer beide down sind bei dem mache ich die kette so bei der anders kombo habe ich ein bisschen übertrieben aber passt schon erfahrung sind erfahrung ne ein bisschen durch das genau die heile zuerst drauf gegangen sind da ist dann auch direkt ein boss den kann ich auch bekämpfen ohne mich mit den anderen kloppen zu müssen na gut dann machen wir den boss hier fertig ach jetzt habe ich die noch nicht nachgeguckt ob irgendwer mit seinen fähigkeiten fertig ist aber schon wieder eine von den healern dauern 5 5 über dem jetzt sehe ich das problem der typischen gruppenschläger ja 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 urbos kommando bitte jawoll hat gut schaden gemacht sie kombo wie ich gerade die kombo einfach raus ich habe ein hp gerade kurz gehabt ich war gerade extra noch mit der synchro da ich erst noch ein bisschen drauf so jetzt habe ich meine synchro aus also wenn ich noch ein anderes kombo machen dann steht das safe aber er ist auch so gestorben das war ein harter boss ich kann meine die sequenz muss nicht sein ist egal wenn die mich sehen ich lade einfach durch als ob die mir großartig was könnten aber ich habe schon irgendwie hier jetzt mit einer nebenquest gerechnet weil hier schon zwei kolonien offenbar direkt aneinander sind aber sie scheinen nicht wichtig genug zu sein oder abwurf hier ist es zumindest ach komm gönn mir das doch so ich will mir das hier bitte jetzt können danke sehr aber mich interessiert was da drin ist hartversen schutz und verheißungskette ich wollte bei den klassen ja gucken ob wir jetzt mittlerweile mal so langsam fertig ist ja sinner ist mit c viel fertig heiler kann ich eigentlich nie genug haben wie gesagt ich habe eigentlich schon damit gerechnet dass ich hier jetzt eine flamme eventuell kaputt machen kann na gut dann glaube ich jetzt noch weiter bis ich einen reisepunkt finde und dann gehe ich zu einer anderen kolonie noch mit kolonie tau habe ich auf jeden fall noch ein paar questen offen ich erwähne es noch mal was ich letzte folge erwähnt habe es wird jetzt wieder eine weile dauern bis die hauptstorie gemacht wird weil die nebenstorie die bevorzuge ich immer bei celoblade ach komm lass mich das jedoch in ruhe und frieden haben auf der seite hätte ich schon gerne einen reisepunkt der nicht mitten innerhalb der feindlichen truppen ist dass ich mich stets daraus kämpfen muss finde ich nicht ganz so toll sich da immer raus prügeln zu müssen es gibt halt ein paar einheiten die ignorieren dass wenn das level grau ist beispielsweise die kevesischen und so weiter die greifen mich halt trotzdem an andere lassen mich in ruhe wegen dem level unterschied es könnte natürlich sein dass hier keine weitere kolonie ist aber den weg da immer runter zu schauen schadet ja nicht genauso die höhen hier abzusammeln das macht ja dass mir die kolonie mehr vertrauen und dann weitere questen freigeschaltet werden wissen in dieser richtung hier überhaupt irgendwas also hier ist eine hölle da oben da sehe ich im wrack also eins von diesen wachs wo man drum kämpfen muss aber dann reisepunkt hat und dort sich sachen die ganze zeit machen kann ein verronteres wrack na dann wie viel muss ich umnieten um da dran zu dürfen zwölf monster okay wir sehen uns nachdem ich diese zwölf umgenietet habe so habe gerade den letzten ausgescheidet dann können wir uns mal die container gleich nachdem wir den für renos hier aufgeweckt haben so wie viel äther 25 das war ein gutes stück erfahrt so danke das glaube ich ein steinchen für mich oder warum sollte mit dem nopo was böses tun was warum wir denkt das ding ich will zauern okay kann man eine goldbrusche kaufen was genau geht als aus dem bereich das könnte ganz nützlich sein okay das hier kaufe ich auf jeden fall mal eigentlich kaufe ich die gerne alle auf dass ich die alle sechs mal habe egal wie nicht am ausrüsten will kann ich dann auch ausrüsten und der witz ist für die nächste story ist doch die abteil wird locker nicht ausreichen mir geht es auch weit runter gut das wollte ich jetzt aber nicht erkunden juni ist jetzt auch mit der wache fertig ich gebe ich hier einfach mal Aschiras Typus dann kann ich Aschira gleich aus der Truppe nehmen er ist fertig mit ihr hier so ich konnte jedem jetzt gerade was neues zuweisen außer Noah und Juni Juni Mio Aschira kann ich denn jetzt auch aus der Truppe dann mal nehmen wo habe ich denn gerade bedürfnis eigentlich immer bei den heilern ich nehme mal grey eine weile mit ich bin aber selten bei mir ich finde seine techniken sind nämlich eigentlich richtig geil ja komm die mini fabrik müssen wir ja auch mindestens einmal nutzen auch wenn ich hier die panik habe dass das alles da runter rieselt das ist direkt an der klippe ok muss ich mir aber keine sorgen machen es hält kurz davor an ich wollte hier einmal zum geheimlager kann ich mir jetzt hier mittlerweile was abholen oder wie funktioniert das ich verstehe das nämlich immer noch nicht ok ich habe immer noch keine ahnung wie das mit den Lambda Gütern funktioniert da darf man mich gerne mal aufklären weil ich habe jetzt meine ich auch nicht hier die kolonien das zeug also ich könnte hier was ausgeben aber da denke ich mir wozu also die erstmaligen die nämlich meistens immer mit we just had to persevere 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 it's looking complete that's all of them man erkennt es ja auch daran raus ob man die schon mal abgegeben hat oder nicht wenn die noch irgendeine belohnung zusätzlich haben it's looking complete kann aber viel gerade abgeben da kolonie iota güter wie komme ich an diese güter dran weil ich kann weder für asher noch für juniper die sachen abgeben weil ich keine ahnung habe wie ich an die güter komme kann ich die vielleicht bei iota selber abholen also ich will auf jeden fall eine wieder informationen verteilen ich sehe hier allein schon wenn ich da oben auf die karte gucke zigtausend fragezeichen schau mal die reisepunkte weg damit ich nur die fragezeichen besser sehe vor allem bei kolonie 4 offenbar ja dann wisst ihr ja wieder wie die nächsten folgen aussehen werden dass ich hier wieder missionstour mache bei der mission habe ich nach wie vor keine ahnung wie ich dran komme also da habe ich schon rumprobiert und ich finde den weg nicht das ist ganz weit oben und ich habe keine ahnung wie man da hinkommt okay leute an der stelle sage ich jetzt aber trotzdem mal dass das jetzt für heute war ich hoffe ihr hattet alle spaß beim zusehen wenn ja ein abo und ein like da lassen und wir sehen uns beim nächsten mal wieder ciao